Klar, also man hat ja immer so die Vorstellung, bei mir ist es vielleicht anders als bei anderen, aber ich kann da nur sagen, also man muss nicht jeden Fehler selber machen, sondern manchmal darf man auch aus den Erfahrungen anderer lernen. Ja, ja, genau. Andererseits ist es so, wer keine Fehler macht, entwickelt sich auch nicht weiter. Auch richtig. Ja, also weil Weiterentwicklung ist ja nicht immer nur so, ich gehe jetzt mal eine Runde Weiterentwicklung, sondern es ist ja auch manchmal einfach schmerzhaft und gut, dann ist es halt so und das ist ja dann auch von den Gefühlen her schmerzhaft, aber das Schöne ist ja, wir sind nicht unsere Gefühle, sondern wir haben nur welche, gehen auch wieder und es kommen auch andere und das ist völlig in Ordnung. Und dieses Thema Geld ist halt einfach immer so eine Geschichte, weil über Geld spricht man nicht, ja? Geld stimmt oder Geld verdirbt den Charakter. Ja, also da sind ja ganz viel so gesellschaftliche Glaubenssätze unterwegs. Absolut. In Schweden steht jedes Gehalt im Internet, jedes. Ah, okay. Muss man alles nachschauen. Und es wird ja hier über so ein Transparenzgesetz gesprochen gerade, dass da mehr Transparenz ist und dieses, es steht ja bei uns in vielen Verträgen drin, dass du über das Gehalt nicht sprechen darfst, weil das ein fristischer Kündigungsgrund ist. Genau, vereinheitungspflichtig. Also ich kenne von keinem Fall, wo jemand deswegen gekündigt worden ist, nichtsdestotrotz kriegst du halt einen Maulkorb, ja? Und dieses, wenn ich bin oder immer sehr großzügig und sag was und wie und dann werden die Leute sagen, ja, aber ich will doch jetzt nicht, selbst im Coaching sage ich, na, was haben sie denn jetzt gerade? Ja, muss ich das jetzt wirklich sagen? Sag ich, müssen sie nicht, aber es könnte uns möglicherweise helfen. Ja, das ist so, du bist es so, das darf man auf gar keinen Fall sagen, nein, 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 schön bei mir behalten. Ja, und es bringt nichts, ne? Ja, ich denke auch.